Man weiß auch noch nicht so ganz, wie wir das über die Distanz, weil das halt so ein riesiger Umweg ist, den wir gehen müssen, hinbekommen sollen. Warte mal, drehen wir mal die Karte. Haben wir hier irgendwo einen Übergang? Ich befürchte nicht. Nope. Ja gut, sonst könnte man auch die Eingebogenen ignorieren, wenn man einen anderen Übergang hätte. Von daher macht das natürlich schon Sinn. Dass wir da nichts finden. So, wir können natürlich schon mal anfangen, ein paar weitere Güter zu produzieren. Und dafür dann hier entsprechend Turmbruben. hinbobbeln. So, einmal dann, na Moment, machen wir so, denn dann kann hier nämlich noch Perfekturen Ingenieursposten, nicht dass hier wieder irgendwas einstürzt. Habe ich keinen Bock drauf? Na, was haben wir für Probleme? Wir brauchen immer noch 30 Einwohner und mehr Bibliotheken. Na gut, mit den Bibliotheken, das lässt sich doch relativ simpel beheben. Ich bin ganz verwundert, dass wir echt noch keine gebaut haben, aber gut. So, kommen dann hier noch ein paar Wohnungen hin. Dann kriegen wir auch ein bisschen Bevölkerungswachstum zustande. So, warte mal, wie viel brauchen wir? Acht haben wir, alles klar. Ach, hier ist euch jetzt das Reservat zu unattraktiv. Was stimmt denn nicht mit euch? Es ist doch wunderschön, in einem riesigen Planschbecken hier zu wohnen. Immer noch? Gut, dann machen wir halt hier ein paar Plätze hin. So, es geht doch. Mein Gott, Waffen habe ich ohne Ende. Leute, kommt mal her und kauft was. Ah, sehr gut. Ja, kauft bitte noch mehr. Ach, ist das herrlich. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, sollen wir echt mal langsam anfangen, Obst zu importieren. Weil sonst kommen wir ja echt nicht auf irgendeinen grünen Zweig mit den Nahrungsmitteln. So, mit der Fleischrutsche... Nein, jetzt schon. Achso, nein, das war eine Erinnerung. Entschuldigung. So, und hier, das fordern wir dann mal an. So, und die Lieferung ist fertig. Sehr gut. Das heißt, wir wollen das Fleisch nicht mehr hamstern. Was wiederum heißt, hier darf es... ...gerne angenommen werden. Und hier unten natürlich auch. Bleibt nur die Frage, wie kriegen wir die Lebensmittel schneller nach hier oben gewuchtet. So, erstmal hier noch ein paar Wohnplätzchen hin. Ach, da ist die Attraktivität einfach nur das Problem. Ja, dann. Das lässt sich doch beheben. Nicht? Ach, jetzt fehlt hier wieder die Bibliothek, obwohl direkt einer daneben steht. Ist klar. Machen wir hier noch eine Schule hin? Super, du bist schon so mega upgrade-ed und... ...alle anderen um dich herum verkacken. Das ist ja mal herrlich. So, ja, bitteschön, lieber Imperator. Sehr gerne bringen wir euch das... ...mett eures Vertrauens. So, schauen wir nochmal wegen den riesigen Eingeborenen. Da haben wir nur dich als Problem. Machen wir doch mal hier noch schnell einen Missionsposten hin. Damit wir dich auch noch schnell hier missioniert bekommen. Nein, andere Richtung. Oh, du Larry. Na gut, hoffen wir mal, dass er gleich seinen Weg da... ...noch irgendwo hinfindet. Ich glaube, wir bräuchten nochmal weitere Geschirrwerkstätten. Eine zumindest. Ach, hier wohnen keine in der Nähe. Ja, super. Ja, komm, dann machen wir doch mal hier noch ein paar Häuschen hin. Dann haben wir auch genug Arbeitskräfte in der Nähe. Wenn hier schon ein ganzer Ton eingelagert ist, dann soll er auch verarbeitet werden. So, zumindest mein Denken. Wisst ihr was? Ich probiere mal was aus. Ich mache mal so eine Huckepack-Tour. Ich mache jetzt hier nochmal zwei Silos hin. Damit wir halt erstmal schnell Nahrungsmittel überhaupt rankriegen. Weil das bringt ja nichts, wenn hier die Felder voll sind und die halt nur Ewigkeiten laufen müssen, bis sie zum nächsten Silo kommen. Deswegen sollen wir das ruhig erstmal alles hier hinbringen. Und die anderen Silos, die fordern dann von dem Silo was an. Das ist jetzt so... ...mal ein kleines Experiment. Ich hoffe, das klappt natürlich. So, guck an. Jetzt wird da auch benötig Ton verarbeitet. Sehr gut. So, ich muss sagen, sowohl finanziell als auch monetär... Sowohl finanziell als auch monetär, merkst du selber, ne? Also sowohl vom finanziellen als auch vom Bevölkerungswachstum her läuft es einigermaßen, aber ich muss nur noch Gedanken machen, wie wir das hier hinten gewuppt kriegen mit der Nahrung, dass wir die auch darüber bekommen. Also das ist leider ein riesig weiter Weg. Leider gibt es auch gar keinen... Wir können einen Dock bauen in dieser Mission, aber warum? Ich meine, wir haben doch jetzt hier gar keine Möglichkeit, irgendwie über das Meer zu handeln, oder? Oder gibt es inzwischen was Neues? Ne, nicht wirklich. Es sind nur die beiden. Und die sind auch nur über den Landweg zu erreichen. Schade. Jetzt wäre das auch nochmal eine wunderschöne Alternative gewesen. Jungs und Mädels, bitte kauft doch mal ein paar Waffen. Und Marmor ist natürlich auch nett, aber Waffen fände ich trotzdem geiler, wenn ihr die kauft. Die bringen nämlich ein bisschen mehr, glaube ich. Wobei, wie ist denn der Preis aktuell? Preise anzeigen. Okay, ja. Waffen bringen definitiv mehr. Aber Möbel und Geschirr bringen auch verdammt viel. Hm. Können auch... Können auch... Oh, wir können Wein... Oh, wir können Wein machen. Das finde ich natürlich auch geil. So, wir werden auf jeden Fall mehrere Siedlungen brauchen. Ich glaube, da werden wir nicht drum rum kommen. Deswegen muss ich mal schauen. Wir können natürlich hier hinten noch eine riesige Siedlung machen. Also grundsätzlich. Ich bin da echt am überlegen wegen der Wölfe. Die machen mir ein bisschen Sorge. Deswegen würde ich fast sagen, ich mache hier eine Mauer und einen Turm hin. Und dann baue ich nur dafür wirklich mal eine Kaserne eben. Dass wir zumindest einen Geschützturm haben, der sozusagen einmal hier die Wölfe abknallt. Klingt hart, aber... Ja. Irgendwie müssen wir ja gucken, dass wir so los werden. Warte mal. Wir machen mal hier kurz eine Mauer hin. So, kommen wir mal eben nur zwei Häuser, damit wir den Turm hier besetzt gehen. Wobei ich glaube, eins würde tatsächlich auch schon reichen. So, da ist mal wieder die Attraktivität ein Problem. Das kriegen wir doch relativ schnell gewuppt. So, dann hier nochmal ein Arzt hin. Ein Barbier. Wir brauchen immer noch mehr Arbeitskräfte. Das ist unglaublich. So, ich würde sagen, Geschirr können wir auch mal anfangen zu exportieren. Sobald wir mehr als drei haben, tut unsere Stadtkasse mit Sicherheit gut. Und hier fliegen wieder einige Leute aus den Häusern, weil die Nahrungsmittelversorgung nicht läuft. Ärgerlich. Warum zum Teufel startet der jetzt hier hinten, wo er doch von hier vorne starten könnte? Oh Gott. Das macht natürlich die Wege wieder wesentlich länger. So, machen wir da jetzt mal eine Kaserne hin. Ich denke, hier hinten haben wir ja noch durchaus Arbeitskräfte frei. Okay. So, haben wir den jetzt hier missioniert? Ich glaube, ne? Ja, alles klar. Das ist schon mal gut. Dann handelst du da eine Sorge weniger. Wartet mal. Ich habe gerade eine Idee. Ja, nicht, dass ihr euch denkt, was? Was ist das denn für ein Spinner? Wir ziehen einfach mal die Schweinefarm ein bisschen... Na, verdammt. Es geht nicht. Schitte. Na gut, dann lassen wir es jetzt halt so. Was heißt denn hier, es wohnt keiner in der Nähe? Natürlich wohnt einer in der Nähe. So, und der Turm ist bemannt. Sehr schön. Jetzt knallen wir bitte die Wölfe ab. Na, macht er natürlich nicht super. Das heißt, der wunderschöne Plan, uns der Wölfe zu entledigen, ohne Soldaten zu verwenden, ist leider Hanebüchen. Und das ist natürlich Käse. Warte mal, wenn wir hier oben ein Silo hinmachen, wo wir dann das Obst zumindest verwursten können, das wäre doch, glaube ich, nicht verkehrt, oder? Dann kriegen wir das auf jeden Fall schneller hier rüber. Was, denke ich, dahingehend ganz gut wäre. Egal, zumindest wenn die Kacke dampfen sollte, haben wir zumindest ein bisschen, was da, was da schießen kann. Aber, ihr Lieben, ich würde sagen, wir schauen dann einfach mal beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Und wir machen an der Stelle einen kleinen Cut. Ich stelle eben noch das Hamstern ein, damit wir das beim nächsten Mal nicht vergessen. Wird hier nichts mehr angenommen an Fleisch? Wie gesagt, die Einstellung mache ich nur, weil beim nächsten Mal habe ich das sonst wieder vergessen, dass der Imperator was will. Und ihr wisst ja, wie lange das durchaus dauert. Bis der Mampf mal da oben ist. So, aber, ihr Lieben, jetzt machen wir unseren Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Also, bis dann, ihr Lieben. Tschüss, Sikowski!